Scheiß Schrauben, ey. Irgendwie hab ich das Gefühl, dass ich, äh, meine Dinger ja im Arsch. Nicht so easy, wie es aussieht. Ja, komm ey. Ja, das ist keine, kein Challenge hier. Wir, wir spielen ja auch schwer, ne. Was wollten die? Diese Dinger hier kaputt. Alles weg, alles weg. Ich find das, ich find das immer noch mega geil, so die, die Landschaft hier ist, also die Landschaft, die Umgebung. Oh, richtig cool. Kaputt machen. Wow, was willst du nur hier? Junge. Ach, das ist ne Schweinsnase. Okay. Spitz über die Ohren, um Schnauzen zu ordnen. Wechsel in den Zielmodus und schieß mit der Pfeffermühle auf die Schnauzen. Ist die Schnauze vollgepfeffert, wird sie Pfade und Sammelstück offenbaren. Ich sache mich noch mal ... Ehe? Ja. Ach, mit Tee. Wie schieße ich mit dem Ding dann? 135. Ich gehe voll ab. So, Tee. Das blöde ist... Ah, 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 ich weiß es. Nee. Ja, ne? Ich gehe auch so im Monge, weißt du, dann stelle ich die Taste um und dann vergesse ich es noch. Ah, mit dem Kaba gemacht, also in Kakao. Ja, geil. Gut, ich würde sagen, die haben wir gefangen. Ja, kann man da lang? Nee, unsichtbare Wand. Je. Ja, aber ich würde sagen, gehen wir mal zurück und gucken uns an, was die fette Alte macht. Meins. Meins, meins. Nice. Nichts. Scheinloch. Das Comper. Nein, 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 nein. Und. Und. Es wird einem ja auch nicht zu leicht gemacht, ne? Scheißvieh! Kann ich auch mit dem hier, ähm, ja, geht auch, okay, wo kann ich da jetzt hin, da war einer. Ich sage, wir gehen einfach mal da rüber. Und dann gucken wir mal. Ja, komm. Bam, Damage, ey, mach dich weg. Ich hab' den Schaust, ey. Bam, 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 Ls-80, so hier noch. es zieht einundzwanzig mal irgendwas da oben ich weiß nicht ob ich da rüberkomme dann wirst wir erst da hochgehen ja bei mir der skill auspacken und BAM ja alles alles easy wir spielen ja auch schwer die Gegner die können hier nichts mehr raus wohl nicht mehr ich glaube ich bin mega schlecht glaube ich gerade frage mich wenn ich da man sieht sehr viel aber unsere MG kann auch heiß laufen ich sag MG weil es mir wie eine MG vorkommt wieso schweinsmose wieso soo hier kann man nicht rüber wunderbar ist auch nichts ich würde am liebsten so viel wie möglich direkt am Anfang mitnehmen da ist so ein gut dingste komm pack mich nicht alle schiss Leben brauchen wir immer das war die ne das die gleiche ok wir machen das so wir looten erstmal feucht fröhlich alles was hier so nettes ist ich würde jetzt sagen wenn ich da runter springe bin ich tot soo die verlockung ist ja schon da ne ne komm ey vielleicht fallen wir zähne deswegen das wäre ja gar nicht geil weißt du ich will ja meinem zahnarzt sagen ey ich schaub voll die guten zähne freut er sich dann ach Alice Alice du geile Schlange keiner sticht in dir so tief und so lange äh dafür die diesen oho schlingel hier ja und er hat seinen Job gut gemacht was mich nervt jetzt schon ist irgendwie mal kann ich rennen das fuckt mich jetzt schon ab aber ich denke äh das geht eigentlich ja zack drauf drauf gehen bringt mir nichts ne ok dann bleiben wir jetzt da drüben naja guck mal ne was ist das genau drauf ich kann das nicht abfallen ok gut dann würde ich sagen gucken wir mal was das ist ein Zahn hmmm den wollten wir jetzt wedeln wir da drüber 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 sieht aus wie Freunde alles kein challenge für die Alice weißt du die lebt im Wunderland ey die kämpft hier mit schlimmeren Sachen manchmal na komm ballern wir weg na komm ballern wir weg hoppa hoppa zack weißt du die kämpft hier mit paranormen Zeug sein das ist alles hier normal alles hier abgehen hier so oh mein Gott was sie das verfehcher was wollen die von mir ach ja ich habe übrigens nicht ok ok das war geplant ob ich den hier wegballern interaktiv nicht so sieht es in meinem Zimmer auch aus nein 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 shit aber wir wissen jetzt man verliert keine Zähne was mich schon beunruhigt ne weißt du weißt du Zähne sind schon was feines warme gib ich dir alles in die Hände naja hast du keine Schnitte ey komm ich weich mal die Hände aus hier warme in your face machste nix cool hatte noch dein kleiner scheiß Kopf hier wo mich denn da hin da hin das wüsste ich gern hundertprozentig ist da was hundertprozentig ich nehm mal ich darf das Terzeugs oder was das da ist nicht berühren ok ähm da kann ich jetzt lang und da kann ich lang ich weiß jetzt aber nicht wo ich lang soll gut dann machs mal so ok ok ich darfs nicht berühren shit aber jetzt weiß ich da ist ne Erinnerung und die will ich haben denn das Ziel von Alice ist äh auszufütteln was der Piatsch passiert ist das war knapp ok ok langsam spielt man sich ein nein was mit dem gleiten ist ist noch ein wenig unverständlich für mich komm ey alles kein Thema Alice die geile ja easy peasy ich verstehe das nicht manchmal da ja genau nee geht nicht hm aber vielmehr ich muss da vielmehr nochmal springen ja ich nerv euch jetzt indem ich das kriegen werde weil ich will das haben das ist wie so eine schlechte Note in der Schule sonst will man haben komm ey geile Pilze hier ja bam ja komm ey weißt du äh eigentlich hab ich nur so extra gemacht so um das den Länge zu ziehen also äh ich wusste schon von Anfang an dass es so easy ging der Land klingt reizvoll aber auch ineffizient eher nach Schneckenexpress als nach Dampfroß wäre besser das im Zug zu vergessen ein Schildkröten so bei Richards Lokführer oh nein das passt was der labert was der labert der labersack hop 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 er jetzt